Heute möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über den Lieferumfang des schichtigen Messgerätes ETAVI ET110 geben. Das Gerät wird in einer Schachtel angeliefert und beinhaltet zum einen das Messgerät in einer praktischen Aufbewahrungstasche mit Gürtelclip, zwei AAA-Mignum-Batterien, die natürlich vor dem ersten Gebrauch eingesetzt werden müssen, sowie eine Bedienungsanleitung auf Deutsch. In der Tasche finden Sie dann das Messgerät in einer praktischen stoßdämpfenden Gummischutzhülle sowie einer praktischen Handschlaufe. Des Weiteren finden Sie noch in der Aufbewahrungstasche das Kalibrierset, bestehend aus einer Eisenmetallscheibe und einer Standarddicke aus Kunststoff mit einer Dicke von 102 Mikrometer für die Kalibrierung. Das ist ein Herzen. Als das, die Plastisch zu überlechen, bestehend aus einer Dicke von 1 яв ist, Vielen Dank.